So, 1, 2, 3... Uuuuuhhhh... Uuuuuhhhh... Oh mein Gott! Also, ich hoffe, ihr bekommt das besser hin. Girls' Day, der jetzt irgendwann genau demnächst bald ist, da gibt es einen Workshop zum Thema Sonic Pine, Musikprogrammieren. Also, da ist so ein bisschen was Technikmäßiges drin. Computer bedienen, Computer programmieren. Da ist aber auch die Musikseite drin und das ist eigentlich eine ganz coole Sache, weil da hat man eigentlich ganz toll schnelle Erfolgserlebnisse, wenn man anfängt, so was Technisches zu machen. Und es klingt nachher auch gut, kommt natürlich auch ein bisschen auf euch an. Und das ist interessant für die Leute, die sich ein bisschen mehr für die Technik interessieren, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber auch für die Leute, die einfach Spaß an Musik haben und wenn ihr ein Instrument habt, so wie das hier oder das da, Klavier, 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 so ein lieber nicht mitbringen. Ja, Klavier. Mit einem Flügel. Mit einem Konzertflügel. Mit einem Konzertflügel dürfte er mitbringen, wollten wir auch schon immer mal haben. Aber wenn ihr ein Instrument habt, was man transportieren kann, dann bringt es doch einfach mit und der nette Herr hier, der nimmt das dann auf und dann machen wir Samples da raus. Samples alles. Auch gleich damit irgendwie reintun. Und dann passt das hier rein in den Code, den man hoffentlich hier dann jetzt mal sieht. Ja, den Programmiercode. Also CODE. Und das geht dann nachher ganz super. So wie die Musik, die ihr gerade im Hintergrund hört. Eben. Genau. Ich hoffe, man hört die. Genau. Ja. Also, wir freuen uns, wenn wir euch da sehen können. Und bis dann. Bis dann. Bis zum Börsen.